so freunde der nacht willkommen zurück zum finale gegen ja das finale spiel gegen argentinien was für starke viecher das kann dauern dass wir das schaffen würde ich jetzt einfach mal so sagen gegen brasilien hatten wir schon schwierigkeiten wie sie da auch schon stehen ja ja direkt zu anfang das 1 0 hätte ich schon gedacht jetzt wie sagt er denn mal wenn doch mal weg jetzt aber drin jetzt geht doch cool das läuft gut vielleicht haben wir es auch einfach jetzt mal raus so langsam oder wir freuen uns nur so früh wie sonst auch immer nee das war zu unplatziert verdammt jetzt drin wieder ist nicht drin von so nah dran gibt's auch gar nicht ah verdammt verdammt nein nein in letzter sekunde kriegt er noch den ball verdammt boah schießt er mich einfach ab da nein torwart sehr gut so gefällst du mir du torwart im finale müssen wir jetzt faulen ohne ende scheiß drauf los nein der war nicht drin gibt ja gar nicht aber er ist auch am faulen wie ein weltmeister und mach ein nein ja die elf yes jawoll 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 nein so nicht nein 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 jetzt habe ich keinen mehr davor torwart nein das war klar dass der nicht rein also dass er den nicht hält aber wieso hatte ich wieder vorne im also ne im abwehr keine mann hatte ich wieder keine abwehr gehabt so gewinnst du nicht deutschland ohne abwehr nein hallo hallo wieso folgt er den nicht das gibt's doch gar nicht oh mein gott unentschieden 2-2 oscar oh verdammt ganz knapp so ne so nicht Wie gut, dass das kein Foul war, wieder mal. So, jetzt aber mal hier. Mann, jetzt lasst euch dann nicht immer den Ball wegnehmen. Nein, Ecke, komm, ja. 20 Sekunden noch. Wir haben noch die Chance, hier in der Ecke vollzuführen. Die wäre fast drin gewesen. Verdammt. Ist klar, dass das erste Foul gegen mich befiffen wird. Und rot. Nee, gelb. Puh, Gott sei Dank. Puh. Hauptsache weg. Jawohl, jetzt erstmal was trinken. Und die maskuline Stimme wieder stärken und den Reki in Energieschule verpassen von meiner zweiten Hälfte aus. Wir werden jetzt den Gegner plätten und ins Finale einzunehmen, beziehungsweise das Finale auf Wiedersehen. Ich weiß auch nicht, was das soll, der Quatsch, aber ich find's witzig. Ich hab gedrückt, aber der hat nichts gemacht. Verdammt. Verdammt, verdammt. Kämpfen. Mann. Nicht in dem seine Arme. Verdammt. 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 Scheiße. Da war mir ja klar, dass ich's nicht beim ersten Mal schaff, aber... Es ist trotzdem wieder so scheiße laufen, direkt nach Anpfiff schießt er erstmal Tore. Mann ey. Das ist doch ärgerlich. Macht nun der Torwart da. So, nach vorne. Weg, weg, weg einfach. Wir schaffen das noch. Zwei Tore schießen. Und keins kassieren. Erstmal mit ner roten Karte hier. Der haut mich ja nach... Nach Mars um hier. Drin. Nein, so doch nicht. Wollen rein. Verdammt. Paul, ist klar. Scheiße. Mann, der wehrt einfach ab. Das ist doch gemein. Ist nur ne Frage, dass es Zeit, bis ich die gelb-rote Karte sehe. Aber ist egal. Nutzt mir nichts. Schließlich muss ich ja gewinnen. Sonst... hab ich verloren. Ha. Ja, ne, ist klar. Das war natürlich kein Foul. Fuck. Das war's. Mehr schaffe ich nicht. Also drei Tore schaffe ich nicht. Werte auch ab. Und haut mich um ohne Ende. Das wird nix. Jetzt macht er noch ein Tor. Ja, ja, leck mich doch. So, verkackt. Macht nix. Egal. Nochmal. Nochmal. Mach mal mal 424. Ist ja sowieso egal, was für ne Aufstellung wir nehmen, weil... Wären wir eh immer hinterher. Na klar. Gibt's doch nicht. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Ach, verdammt. Ich muss einfach mal ein paar direkte Schütze machen. Mach ihn rein. Ahaha, er schießt daneben. Mach das doch noch ein paar Mal, dann gibt's vielleicht auch mal ein Foul, ne rote Karte gegen dich. Nein, warum gegen mich? Ohohoho, immer ich. Fuck. Fuck, das schaff ich nicht mehr. So schaff ich das nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, wie dumm. Ich krieg's echt plug-by Hallo Oh, musst den Ball auch mitnehmen, du Idiot Drin, Mann Schießen doch einfach rein, ins Tor rein Das war so schön gemacht, der musste doch drin sein Komm, jawoll Sehr schön, Klaus Nein, nein, schön weg hier Wenn ich sage weg, dann meine ich weg und nicht hier Sowas komisches Da musst du doch drin sein, scheiße Dann Nein. Hauptsache weg. Scheißegal, was los ist. Weg, weg, weg. Nein. Ja, ist es denn wahr? Scheiße. Scheißdreck. Mann. Ja, klar, wieder alleine vom Tor. Ist klar. Fick dich doch einfach. Fick dich, du Drecks. Schicker, du Pisser. Mann, ey. Unfairer geht's nicht. Warum ist der immer alleine vorm Tor? Wrennen bei mir zu viele vor, oder was? Mann, ey. Kannst du auch wieder knicken, den Scheiß. Das wird wieder nix. Freunde, das wird wieder nix. Wir haben einmal weniger. 3-5-2. 3-5-2. Egal. Volle Power. Schön einen draufkriegen, auf die Fresse. Aber dafür die Chance haben, um Tor zu schießen. Dann müssen ja eh alle immer vorne. Vielleicht dann ja auch diesmal vernünftig. Komm doch, komm doch. Och Mann, der kommt nie. Und die rennen auch alle. Ach, leck mich doch. Wo rennen die alle hin, die Idioten? Die scheiß Nazis da, ey. Meine Fresse. Klar, und der lässt sich nicht umhauen. Ist klar. Bäm. Ja, das war ja wohl verdient. Die 5 geht von seinem eigenen Tor bis hinten hin. Und macht ihn rein. Fuck. Ah. Komm doch her. Der rinnt immer weg, der Idiot. Die scheiß Nummer 3 hier, ey. Wo soll man da ein Tor schießen? Wenn die alle immer... Also, wie soll man da abwehren, wenn die immer alle abhauen? Machen rein. Jawoll. Geht doch. Komm, das schaffen wir noch. Hau ihn einfach um. Scheißegal. Naja, lass ihn abstoßen, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ja, der haut mich um. Als letzter Mann haut der mich um. Ja, ist klar, das ist kein Foul. Nein, überhaupt nicht. Ich hau dir auch meinen Ellbogen ins Gesicht. Wieder kein Foul. Mal gleich wieder bei mir. Hallo! Fuck, ey. Mann. Mann. Nein! Schieß doch vernünftig. Ja! Rot. 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 Rot... Fick dich! natürlich krieg ich sofort rot jetzt hauen doch mal um, da nein, 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 nein scheiße hallo, hallo rin, 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 rin ist klar ja, weicht doch nochmal aus und wieder, ne diesmal nicht wow, er weicht mal nicht aus komm schon, 18 Sekunden jetzt konzentration 14 ne, 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 das wars Freunde der Nacht, leck mich am Arsch ihr könnt mich mal also nicht ihr, sondern die Pisser da von Argentinien vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, ciao